Das steht auf meiner Agenda für 2020. Persönlich. Auf jeden Fall mehr Zeit für Sport im Outdoor-Bereich, Langstrecken schwimmen, Langstrecken, Fahrrad fahren, wandern. Und beruflich? Ich bin genau da, wo ich sein will. Ich bin sozusagen die Bellana Torres der Deutschen Bahn. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich... Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich meine ganze Kraft in die Einigung der europäischen Völker stecken. Diese Werte sollten gelten. Positivität, Zuversicht, Selbstvertrauen und Fehlerkultur. Das möchte ich 2020 lernen. Portugiesisch. Von dieser Person oder Sache möchte ich 2020 nichts mehr hören. Brexit. Diese Schlagzeile würde ich 2020 gern lesen. Der 5G-Ausbau läuft schneller als geplant. Turi 2 Edition. Inspiration für Macher.